Hey Leute was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ja ich habe beim letzten Video gesagt, dass ich auch öfters Videos mache, jeden Tag. Ja, ist jetzt bei mir so gut geworden. Manchmal habe ich auch keinen Speicherplatz auf diesem Handy da. Ich filme nicht mit der Kamera, sondern mit dem Handy gerade. Und ja, Leute ist ungefähr 2, minus 2 Grad. Und ja, ich muss euch irgendwas sagen, ne, wenn ihr da so in Kosovo seid, mit minus 12 Grad, könnt ihr mit Badehose da rumlaufen. Ich meine es ernst. Ja, geben wir mal los, dass dieses Wetter war. Und ich gehe einfach mit so einem Löffel. Wie geht das? Wie geht das, Alter? Wie geht das? Wie geht das? Ich bin so ein bisschen anscheinend. Ich bin so ein bisschen anscheinend. Ich bin so ein bisschen anscheinend. Ich mein's ernst. Ich schau mir immer so Leute an. Auf jeder Richtung. Was ist das, was ich hier war? Das sind Leute da. Ich mein's ernst. Da guck mich so an, ich schreie nicht. Was soll das? Ich mach so, als ob ich reingehe. Oh Scheiße. Die Tür ist so gesperrt. Keine Ahnung. Warum? 2 Minuten. Und 10. Und. Ja Leute. Ich würde mal sagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.